Hallo, wir sind hier gerade beim Lübecker Marathon und neben mir ist Pavel. Das war sein erster deutscher Marathon und jetzt wollte er uns mal auf Deutsch erzählen, wie es für ihn war. War schon heute. Perfekt? Ja. Und wie schnell bist du gelaufen? 25 Minuten. 25 Minuten auf 10 Kilometer. Respekt, Pavel, Respekt. Und wie läuft dein Deutschkurs? Lernst du noch ein bisschen Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch jetzt zu Hause. Und wer aus der Mannschaft hilft dir immer beim Deutsch lernen? Wie bitte? Wer aus der Mannschaft hilft dir immer beim Deutsch lernen? Niemand. Das stimmt nicht, ich helfe ihm. Und du bist jetzt in... Okay, kann man das rausschneiden? Okay. Ja, wir sind alle froh, dass du hier bist, Pavel. Und wer war in deiner Laufgruppe? Mit wem zusammen bist du gelaufen? Ich glaube, mit Macek und mit Marino in Finn. Schön. Und hat es dir Spaß gemacht heute? Findest du, das ist eine gute Veranstaltung hier in Lübeck? Ich bin zu froh, aber das war Spaß. Sehr gut. Dankeschön, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020